Lieber Martin, lieber Dieter, aufgewärmt ist jetzt genug. Den Liegestützen habe ich heute morgen probiert. Zwei Stück habe ich geschafft, dann war Ende, aber bin halt Läufer. Statt Liegestütze biete ich euch heute deswegen was anderes an, und zwar den Fitschenstütz. Richtiger Mann, braucht ein richtiges Spielzeug. Dafür bin ich das hier. Ah, dauert jetzt alles ein bisschen lange. 42 ist natürlich das angeflüssige Ziel. Haben wir heute auch mal nicht. Wir wollen hier keinen langweilen. Und weil es so schön ist, möchte ich auch nicht jemanden speziell herausfordern zum Liegestützen Contest, sondern ich fordere alle unsere Zuschauer jetzt an, einen möglichst witzigen Liegestütz zu machen. Nicht die meisten, sondern die lustigsten, würde ich sagen, zählen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr euch dazu einfallen lasst.